Wir haben ja hier, gerade weil wir wussten, dass wir hier auch mit dem öffentlichen Rundfunk in neuer Form zusammenkommen, erstmal durch den Ort und natürlich auch durch die Begegnung mit manchen Leuten, auch versucht so ein paar Aspekte hier im inhaltlichen Programm abzulegen, wo das zur Sprache kommt. Da gehört Lothar auf jeden Fall dazu, aus Wien und erlebt quasi sowohl den Podcast als auch das Radio und das auch nicht separat voneinander, sondern das eine Format wird auch in das andere getragen und zwar diesmal auch in der Richtung, in der man es normalerweise nicht erwarten würde, dass der Podcast es tatsächlich ins Radio schafft. Ja, Lothar, ich würde sagen, leg einfach mal los. Vielen Dank und viel Glück. Ja, danke. Dankeschön. Ich wollte nur gerade noch ergänzen, meine Eltern haben sich gerade ein Radio gekauft. Sie möchten wieder mehr von mir erfahren. Also das finde ich schon interessant, weil hätten Sie sich irgendein Internetgerät gekauft und würden meine Podcasts hören, würden Sie wesentlich mehr von mir erfahren. Und das geht schon ein bisschen in die Richtung des Inhalts nämlich praktisch. Was erzähle ich im Radio und was erzähle ich auf Podcast? Und wenn ich also ein bisschen, ich werde auch gerne immer wieder an Ihren Beitrag anbinden. Ich würde einfach gerne aus meinen Erfahrungen erzählen, ich habe versucht eben diese beiden Welten zu verbinden, weil ich einfach klassisch aufgewachsen bin mit einer Radioausbildung bei den Leuten, die Österreich 1 in Wien oder in Österreich betreiben. Das ist so der Bayern 2 von Österreich, Deutschlandfunk von Österreich. Und das war so klassisch, Radiolernen. Und ich habe dann lange Zeit gebraucht, das wieder zu vergessen, um dann Podcasts machen zu können. Und es hat noch länger gedauert, diese beiden Welten zu verbinden. Und ich glaube aus guten Gründen und ja, ich habe Physik und Mathematik studiert und während dieser Zeit eben das Radiohandwerk gelernt, habe dort immer Sendungen gemacht als freier Mitarbeiter und das mache ich auch heute. Und wenn ich so ein bisschen anbinde an, weil das Bayerische Rundfunkmikrofon, wir haben in den 90er Jahren als Schüler immer die B3-Radio-Show gehört mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Und das Tolle war immer, die eine, wenn sie sich getroffen haben, diese Übergabe von der ersten und zweiten Stunde. Und ich finde, da habt ihr beim Bayerischen Rundfunk so viel mehr Podcast gemacht wie heute. Also da geht so die Post ab, wenn die zwei aufeinander getroffen sind. Was wir heute alles finden in dieser Podcast-Landschaft, die ich persönlich neue deutsche Podcast-Welle 2 nenne, weil es einfach wirklich dann gestartet ist mit den Konzepten von Tim Potloff Publisher. Also all die strategischen Hintergrundgeschichten, die es uns ermöglichen, einfach wirklich Podcasts oder eben auch Radio dann zu machen. Ja, also was wir nicht alles senden ist, was steht da jetzt eigentlich, alles senden oder nicht alles senden? Also ja, was wir nicht alles senden, so ein bisschen verwundert. Aber beim Radio drehen wir das um, weil wir diskutieren sehr viel, was wir alles nicht senden. Und das ist, glaube ich, für mich einer der wesentlichen Unterschiede von Podcast und Radio. Wir senden drei Viertel, sage ich jetzt einmal als so Zahl, senden wir nicht. Drei von vier Beiträgen machen wir nicht. Und wir diskutieren in wöchentlichen Redaktionssitzungen einfach immer, was wir dann machen werden. Aber das meiste eben nicht. Und das hat schon was. Ich glaube, das ist auch diese Stärke von Radio, weil da eben wirklich jetzt nicht einer sitzt oder zwei, sondern wirklich eine Redaktion miteinander diskutiert. Und wir treffen uns zwei Stunden, machen Feedback, machen Vorwärtsbesprechung. Aber das meiste schmeißen wir davon weg. Und das ist gar nicht so schlecht. Und wenn wir es dann gespielt haben, dann haben wir den Rechtfertigungsbedarf nachher, weil dann gibt es irgendeinen Hörer, der schreibt, der muss weg. Also der Gestalter dieser Sendung, so sind es bei uns in Wien oder in Österreich, der muss weg. Ich mache auch immer wieder für den Deutschlandfunk für die Reisesendung Beiträge. Die haben auch Hörer, die schreiben. Warum hat der Gestalter nicht erwähnt, dass dieses Geschäft arisiert wurde? Hups, da habe ich etwas Wesentliches. Also man muss sich rechtfertigen im Radio und ich finde das ziemlich gut eigentlich. Ja. So eine typische Produktion war vor einigen Wochen für Österreich 1 vom Leben der Natur. Und ich schreibe auch immer das Geld dazu, was man dafür kriegt, damit man ein bisschen eine Idee kriegt. Ich war also mit einem Botaniker im Wald bei einem Bach und habe 16 Minuten aufgenommen. Dann habe ich das auf den Computer transferiert, 74 Schnitte gemacht. Das ist, glaube ich, pro 10 Sekunden ein Schnitt. Keine Ahnung, oder mehr wahrscheinlich sogar. Und es ist ein 4-Minuten-Beitrag entstanden. Da haben wir also dieses 1-zu-4-Verhältnis. Drei Viertel wird weggeschmissen, ein Viertel geht auf Sendung. Und das ist ganz gut, so ist dieses Format. Und das ist ein schönes Format. Ich habe dafür gekriegt 105 Euro brutto. Davon bleibt dann 70 Euro am Konto. Abzüge ich dieser Drittelsteuer, lege ich immer weg. 16 Minuten Aufnahme, eine Stunde habe ich geschnitten dran. Drei Viertelstunde war Fahrtzeit. Also so zwei Stunden Arbeit für 70 Euro ist okay. Also das sind 35-Euro-Schnitt. Also so würden wir, das würden wir in Österreich als super bezeichnen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, was ihr als super bezeichnet. Also beim Radio. Beim Podcast gibt es gar nichts. Und das hat auch viele gute, schöne Vorteile. Ja, aber jetzt war es dann so, dass das nicht nur ein Beitrag war, sondern diese Sendereihe ist eben Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und das summiert sich auf, mal fünf. Und dann kriegt man eben 450 Euro für die Reihe. Und am Konto landen dann 300 Euro. Ich habe zehn Stunden dran gearbeitet. Und im Radio kommen 20 Minuten davon an. Wunderschön. Und das ist wirklich eine schöne Senderei, wo Wissenschaftler sprechen über das, was sie tun. Alle meine Fragen sind rausgeschnitten. Es hört sich an, als ob er so schön spricht. Und die Leute sind immer so begeistert. Und ja, also es ist auch gut so. Und da fange ich jetzt langsam zum Denken an, wenn da oben jetzt eineinhalb Stunden Aufnahme steht. Weil das ist doch so diese typische Aufnahmelänge von einem schönen Podcast, der neuen deutschen Podcast Welle 2. Also über ein Thema, eineinhalb Stunden, schön reden, bis es fertig gesprochen ist. Wenn es nicht gerade die OR-CAE-Folge ist, die vier Stunden dauert. Aber es geht schon in die Richtung. Was wir aber beim Radio gemacht haben, ist, wir haben diese 20-Minuten-Reihe rausgespielt als Podcast. Und das ist eben das Ö1-Podcast-Angebot, dass einige wenige Reihen dann eben verteilt werden über Podcast. Das meiste machen wir über sieben Tage nachhören. Da können, ich glaube, eh weltweit auch alle Sendungen nachgehört werden. Und Club-Mitglieder können dann 30 Tage noch jede Sendung nachhören. Aber dann ist sie weg. Dann muss ich ins Archiv gehen, wenn mich jemand kennt und er braucht eine bestimmte Sendung und die wirklich rausholen auf einem USB-Stick. Das finde ich auch ein bisschen schade. Und mein Gedanke war, das wäre doch so schön, wenn ich diese eineinhalb Stunden, die ich da aufgenommen habe, am Bach als Podcast rausspielen kann. Und das geht nicht. Du kannst diese eineinhalb Stunden, die ich für Radio aufgenommen habe, niemandem zeigen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Weil man anders fragt. Es ist vor allem diese Geschichte. Es ist das Mikrofon. Das ist wirklich Autoritätsgefälle par excellence. Also ich teile Redezeit zu. Und wenn ich das Mikrofon wegziehe, ist es von dem wieder weg. Und die Hörer kriegen das mit, die irgendwie frei aufgewachsen sind. Also da stimmt irgendwas nicht. Also das kriegen die ja alle nicht mit, wenn ich aus diesem Material einen Beitrag mache, wo ich sowieso, jetzt sage ich mal die coole Sau bin, weil ich einfach in aller Ruhe ein Manuskript schreibe und dann sehr souverän im Studio die Richtigkeit vortrage. Also man trickst das so viel, was das Image auch betrifft und sicher gut auch für den Inhalt betrifft, aber dass es einfach wirklich nicht hörbar ist. Und ich habe lange Zeit versucht, das irgendwie immer wieder zu verwerten, so eine Aufnahme als Podcast, weil es ja interessant ist, was der sagt. Aber es ist für den Hörer eine Zumutung, wirklich. Ich meine, es gibt zum Beispiel einen Trick, dass man, also wenn ich für das Radio ein Interview mache und einer rät sehr viel heiße Luft, dann gibt es einen Trick, dass man sagt, verstehe ich Sie richtig, das? Und dann sagt man genau das Falsche. Und dann sagt nämlich, der dann explodiert, der dann sagt, nein, nein, ich habe das gemeint. Und dann erzählt er was, aber so in einer Freude, sage ich mal, das richtig zu stellen, weil sonst kommt das Falsche ins Radio, das kann man verwenden. Nur, ich schneide mich ja natürlich wieder weg. Und ein wunderschöner Beitrag für BR Radio Wissenstil, sage ich jetzt einmal, ist entstanden. Und die Hörer haben keine Ahnung, auf welchen wilden Wegen das geschieht. Das heißt, ich finde, dieser Weg vom Radio aus in den Podcast zu gehen, abseits dieser, ich veröffentliche jetzt meine schönen, teuren Radiosendungen als Sender, als Podcast- oder Ausspielmöglichkeit. Und ja, das ist sehr gut, das ist super, aber es ist keine Verbindung eigentlich zur Podcast-Landschaft, die so sehr lebt, wie ich in den letzten Jahren einfach feststellen konnte, weil es einfach wirklich betrieben wird von Menschen, die mit Radio interessanterweise wenig zu tun haben. Ja, umgekehrt geht es sehr viel besser. Ich habe also dann einmal angefangen, mir zu überlegen, naja, es geht ja anders herum, nämlich, und das sind genau diese zwei Headsets, die diese fehlende Autoritätsgefüge einfach auch symbolisieren und auch hörbar machen. Ich spreche mit den Leuten, wir sitzen nebeneinander gegenüber, wir hören einander gut und wir reden vor allem nicht mehr, der öffentlich-rechtliche Sender spricht oder möchte ein Interview. Die Leute sagen immer, wann treffen wir uns zum Interview? Nein, wir treffen uns zum Gespräch. Und ab dann hat die Geschichte angefangen zu fahren. Also das war dann, auf einmal hat man was gespürt, okay, das kann ich auch jetzt den Hörern, weil eben, wenn ich Podcasts an den Anfang stelle, ist mein Podcast-Hörer im Mittelpunkt. Und das merkt er und das ist eine sehr gute Sache dann letztlich auch fürs Radio. Ich habe, also, stelle ich jetzt drei solche Beziehungsprojekte vor, die Evolution dieser Projekte. Das erste war, dass ich einen Podcast, jetzt nur für Podcasts ursprünglich gemacht habe, links oben, Sprechkontakt mit Bienen und Natur, die Bienengespräche, weil meine Frau gesagt hat, wir werden jetzt Imker. Und ich habe mir gedacht, das muss ich jetzt lernen und bin dann einfach zu den Leuten hingefahren, die wirklich was drüber verstehen und habe das aufgenommen und gleich wieder verteilt. Jedes Monat eine neue Folge, das ist sehr wichtig, zuverlässig zur Monatsmitte, eine Ausgabe der Bienengespräche und wo man mit einem spricht über ein bestimmtes Thema und am Schluss dann noch mit einem Korrespondenten telefoniert über Skype, wie es beim Bienenstand so geht, damit ich persönlich meine aktuellen Fragen stellen kann. Und es hat sich herausgestellt, das hat sehr schnell einen Hörerkreis gekriegt, weil einfach die Leute es auch ein bisschen satt haben, in diese Vereine zu gehen, wo einfach die Imker, wenn es lustig sind, was weitererzählen, wenn es nicht, dann das Falsche weitererzählen. Absichtlich, sowas soll es auch geben, aber es hat sich schon sehr viel verbessert, habe ich auch gehört. Und nach zwölf Folgen war dann so ein Themenschwerpunkt auf Österreich 1 Mutter Erde und die Redaktion hat gesagt, du bist doch Imker, kannst nicht was machen. Ja, ich habe nämlich ein Reservoir an zwölf eineinhalbstundigen Gesprächen und kann natürlich eine Sendung machen, die ziemlich super ist, weil es einfach so ein Angebot an Tönen ist, die diese Vielschichtigkeit der Imkerei, der Menschen vor allem in der Imkerei, transportiert und entstanden ist eben das Äquivalent zum Radiowissen in Österreich, das ist das Radio Colleg. Nein, das war im Moment am Sonntag, ja genau, das ist so 40 Minuten, die extrem lässig waren zu gestalten, weil einfach das Reservoir da war. Also das Endprodukt war eine Radiosendung, aber die Hörer sind zwölfmal ausschließlich und exklusiv angesprochen worden, weil das Endprodukt Radiosendung war nicht vorgesehen. Ja, 1200 Euro gibt es dann am Konto für diese Sendung. Wenn man sie sehr schön macht und das gelingt mit so schönen Tönen oft, kriegt man noch einmal die Hälfte dazu, weil es wiederholt wird. Das ist immer eine super Sache, da liegt man dann im Park, in der Wiese und dann ruft man an, hey, du bist gerade im Radio. Nein, ich liege in der Wiese. Ah, und dann weiß man, da klingelt es gerade und das ist ein schönes Element des Radiomachens. Die zweite Geschichte habe ich dann ein bisschen erweitert in meiner Bildungslinie. Die habe ich jetzt umgetauft auf Lobster und Tentakel, weil Lob und Tadel so verzopft, so schrecklich klingt und ich denke nie lange über die Namen nach, das ist mir das kompliziert. Und da habe ich dann vorab gewusst, ich mache jetzt ein Radiokolleg, das ist eben diese Wissensschiene, sehr das Flaggschiff von Österreich 1 Wissen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich werde jetzt die Gespräche mit diesen Menschen als Podcast definieren und werde denen immer sagen oder sie fragen, möchtest du kurz reden mit mir fürs Radio oder länger mit mir fürs Podcast und daraus nehmen wir die Töne fürs Radio. Und das hat super funktioniert, weil die Leute das erste Mal sie entspannt haben, irgendwie im Gegensatz zu Radiointerviews, wo sie glauben immer, sie müssen da irgendwie präzise, schnell irgendwas vermitteln. Wir haben einfach wieder eineinhalb Stunden geredet und ich habe mit den Bildungssprechern der Parteien gesprochen, auch mit dem der Freiheitlichen, also unserer Rechtspartei. Und es war interessant zu reden und es war schön zu reden. Und das Ergebnis war dann einfach wunderbares Material für das Radiokolleg. Aber immer waren praktisch die Podcast-Hörer meine Zielgruppe in der Entstehung dieser einzelnen Zutaten. Ein Unterschied ist, wenn ich ein Gespräch mache, wie es hier ist, dann sage ich den Leuten, weil die lassen sich ja auf ein Gespräch mit mir ein. Und das ist, hat, also ich erzähle denen dann auch sehr viel. Und das gibt dann oft neue Reaktionen, die man im Radio sonst nicht hört oder kriegt. Und dann sage ich aber denen dazu ein bisschen als Trost, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, das war jetzt ein absoluter Topfen, das kann man nicht senden, dann können wir es rausschneiden. Und das würde man im Radio nie machen bei einem Radiointerview. Jemandem das anzubieten, was der sagt, geht auf Sendung. Und wenn es blöd war, dann umso schöner. Auf Sendung. Also dafür wird auch applaudiert, wenn man was schön zur, also, und schön ist jetzt nicht immer deppert. Schön ist einfach, wenn es schön aufgeht. Aber dieses Angebot praktisch, wenn es ganz blöd war, es zu schneiden, hat noch nie jemand wahrgenommen. Aber die Leute sind entspannter im Reden und sie trauen sich jetzt einfach einmal ein Gespräch zu führen und kein Interview praktisch, wo man dann am nächsten Tag exekutiert wird medial. Und wirklich, und das war eine tolle Sache, auch für mich eine Erfahrung, wie praktisch etwas anderes entsteht, wie das bisherige, also Interviewgeschäft. Ja, 1200 Euro. Und die dritte Sache war jetzt praktisch die letzte, was das Blutbild verrät. Da habe ich gefragt, oder das Radiokollege hat gefragt, willst du eine Sendung machen? Und über ein Thema, das keiner will? Und ich habe gesagt, ja, super. Weil das ist immer dann, da muss man etwas Neues finden, einen Zugang. Und ich hätte das nie freiwillig gemacht, Blutbild. Aber habe eben dann, weil ich schon Erfahrung hatte, neun Podcasts angesetzt, die dieses Thema, das Bild vom Blut, umkreisen. Und man ist dann sehr schnell draufgekommen, dass das Blutbild, also diese Parameter, Cholesterin und so weiter, eigentlich das Uninteressante an der Geschichte ist, es sind die Menschen, die über ihr Bild vom Blut erzählen. Und einer von denen zum Beispiel, der Hämatologe Ulrich Jäger, zweiter vor rechts ohne Foto, für den war Podcast völlig normal, der kennt das, weil sich die Hämatologen weltweit mit Podcasts weiterbilden. Und der hat praktisch sofort darauf reagiert und den besucht man im AKH, redet eine Stunde mit dem und hat wieder wunderbares Material und 1200 Euro. Man muss schon immer die Arbeit rechnen, also wenn man so diese Stunden zusammenzählt, ist es, ja, eine schöne Entschädigung. Ja, aber man kann damit schon auch Rechnungen zahlen. Was aber bei einer gelungenen Beziehung, finde ich, wichtig ist, ist, dass sie auch wechselseitig ist. Das heißt, wenn das jetzt im Radio endet, dann ist es fad. Weil da hat Radio alle Vorteile, ich alle Nachteile, also weil ich arbeite extra und so weiter, die Hörer alle Vorteile, also die Hörer sind alle super zufrieden. Nur irgendwas funktioniert noch nicht, der Sender kriegt es zu billig eigentlich, finde ich. Daher habe ich was probiert, was gar nicht leicht war, diesen Rückwärtsfluss zum Podcast wiederherzustellen. Und zwar habe ich die Abmoderation, das macht man als Autor immer für den Moderator, die setzt man auf für den, damit der das übernehmen kann oder ändern. Und da habe ich aufgesetzt für ihn. Eine Spurensuche im Blut war das, gestaltet von Lothar Bodingbauer. Die Gespräche dieser Reihe sind in voller Länge im Österreich 1 Campus Radio zu hören. Auf www.physikalischesore.at als Podcast stehen Sie dort zum Download bereit. Noch einmal die Adresse www.physikalischesore.at Und das war bemerkenswert, dass es funktioniert hat, weil wir in einem schon sehr argen Konkurrenzverhältnis stehen zur Hörzeit. Podcasts, nämlich die freien Podcasts, die wir machen hier, ziehen Hörzeit ab. Und zwar ganz fundamental und bei mir zum Beispiel, keine Ahnung, acht Stunden pro Woche, die ich nicht Ö1 höre. Jetzt im Ö1-Programm auf den Podcast hinzuweisen, ist schon sehr mutig vom Sender. Aber die Schlüsselstelle war, dass dieser Podcast historisch im Österreich 1 Campus Radio entstanden ist. Also diese eine kleine Brücke hat es ein bisschen leichter gemacht, noch eine Verbindung herzustellen. Also da muss man einfach ein bisschen sensibel arbeiten. Und wenn Sie beim Bayerischen Rundfunk so diese Zahlen der Downloads haben, ist es schon interessant, bei uns werden die überhaupt nicht kommuniziert, erzählt. Wir haben keine Ahnung, was unsere Sendungen anrichten. Und wir fühlen uns sehr gut dabei, dass wir das nicht wissen. Also Zusammenfassung. Ich habe jetzt einen Überblick über die Zeit verloren. Fünf Minuten noch. Ja? Fragen, ja genau. Zusammenfassung, Radio als Podcast dann zu deklarieren, finde ich, kann man machen, ist aber, finde ich, nicht gut möglich, meiner Erfahrung nach, diese Interviews zu verbraten. Ich schalte das Hörer sehr schnell ab, wenn ich merke, dass ich jetzt einfach das Rohmaterial kriege, das Ungeschnittene, aber ich nicht im Mittelpunkt stand. Ich möchte echt gern angesprochen werden vom Gesprächsführer. Ja, im Mittelpunkt ist der Podcast, sind die Podcast-Hörerinnen und Hörer. Das ist einmal echt das Wichtigste bei dieser Geschichte. Das Zweite, Radiohörerinnen und Hörer bekommen bessere oder andere OTs, weil wir lachen auch manchmal bei Podcasts. Ja, also, und das dann im Radiokollekt zu spielen, wo nie gelacht wird, das ist super. Nämlich, es entspannt irrsinnig beim Hörer, beim Sender. Also ich glaube, dass da sehr viel Rückfluss, das hätte ich nie ohne meine Podcast-Erfahrungen in irgendeiner Weise im Radio hörbar machen können. Die Gesprächspartnerinnen und Partner sind entspannter. Geld gibt es vom Radio, das ist eben ganz hübsch. Und die Preise vom Podcast, also ständig Preise, die auch wieder 800 Euro für die Bienengespräche abwerfen. Und das ist ja nicht schlecht. Also das finde ich ja ganz witzig. Also von der Sache her. Was bei mir jetzt ist, ich habe so diese vier Bereiche, wo ich meine Podcast-Themen aufteile. Was ich aber dazu jetzt immer stärker kombiniere, ist die Schule, weil ich am Abend an einem Abendgymnasium Mathematik- und Physikkurse unterrichte und auch dort dieses Autoritätsgefälle als sehr lähmend wahrnehme. Und was ich dort merke ist, also das ist auch eigentlich eine Radio-Hörersituation, nur sieht man den Leuten in die Augen, wenn denen fad wird. Ja, da sieht man, wie der Blick müde wird. Gibt es beim Radio genauso und beim Podcast, aber da sieht man es, das ist schön. Und das andere, was ich gemerkt habe, ist, ich höre besser zu, wenn Studierende etwas sagen. Ich frage besser nach und ich bin wirklich auf der Empfängerseite ein besserer Kursleiter, glaube ich. Und das hätte ich nie ohne die Podcast-Zuhörmöglichkeiten, wo man einfach, was meinen Sie damit, nachfragt. Und ein bisschen auf ein Anfang und ein Ende einer Stunde aufpasst und nicht einfach aus dem Rahmen fällt, weil irgendeine depperte Glocke läutet. Also das zu verbinden, auch immer wieder in so Fernstudienaufgaben, Podcasts von euch, von uns einzubinden, ohne dass die Leute das Gefühl haben, sie müssen das, weil dann ist wieder das Deppertste, was in der Schule passieren kann. Und jetzt gibt es wieder Preise. Der Roman Ulrich Sechsel, Didaktikpreis für Physik, kommt dann plötzlich auch aus dieser Schulecke für die physikalische Souré heuer. Wieder 57 Euro. Ich habe echt da eigentlich nur wegen dem Geld eingereicht, weil ich muss schon auch diese Rechnungen, Serverkosten und so weiter, Zahlen und Mikrofone. Die Ehre ist nett, aber sekundär, finde ich. Also das Geld muss schon kommen. Genau, nächstes Jahr probieren wir, neue Musik vorzustellen. Was muss ich wissen, dass ich neue Musik gern haben kann? Und da schauen wir, wie das geht. Ja, und ein Dankeschön an alle Beteiligten, nämlich ganz konkret, wirklich Mr. Pridloff, Mr. Potloff oder dem Herrn Potloff, AscendiGate, Ultraschallophonik und dem Bayerischen Rundfunk. Dankeschön. Danke, Lothar. Danke, Lothar. Wir haben jetzt noch so drei Minuten für Fragen, bevor Ralf ganz dringend, ganz pünktlich seinen Vortrag anfangen möchte. Ich komme mal hier rum. Lieber Lothar, ich schätze und liebe deine Podcasts. Wenn du hier von Radio sprichst, dann sprichst du eindeutig von dem Radio, das öffentlich-rechtliche Rundfunk macht. Ich möchte nur erwähnen, dass es auch ein freies Radio gibt und dort ist die Diskrepanz zwischen der Produktion einer Sendung und einer Produktion eines Podcasts wesentlich geringer, weil man bereits die Methode des Podcastings in der Sendung erlernt und nicht umgekehrt. Also das ist ein anderer Radiobegriff und wenn man jetzt da sagt, Radio küsst Podcast und ein Problem in die eine Richtung hat, dann sage ich dort, im freien Radio gibt es dieses Problem nicht, allerdings gibt es das andere Problem auch nicht, man kriegt nichts zahlt. Ja, ja. Mir ist es immer wichtig, in den bestehenden Strukturen was reinzubringen, also im bestehenden öffentlich-rechtlichen Radioprogramm etwas aufzuwirbeln. Freies Radio besteht. Freies Radio besteht, das ist ein Drittel der Landschaft. Lothar, kannst du mal ganz kurz noch auf deine Workshops hinweisen? Du hast zwei davon und die schließen ja auch vielleicht ein bisschen an. Genau, der heutige Workshop im Nachmittag ist ein Gespräch am Dampfen halten. Das heißt, was kann man tun, um eine Gesprächslinie durch meine Interventionen, Fragen, Provokationen zu hetzen und zu fahren? Und einfach Erfahrungen sammeln wir da, jeder, der dabei ist. Und morgen dann, wirklich würde mich auch interessieren, eure Erfahrungen in der Verbindung von Radio und Podcast, vielleicht als Konsumenten, wer das noch nicht aktiv macht oder eben als Podcaster, der das schon macht oder als Podcaster, der es noch nicht macht. Also da ein bisschen auszutauschen wäre dann für morgen das Interessante. Nachdem du ständig von Geld gesprochen hast, welche Rolle spielen denn Hörerspenden für die Podcasts? Bei mir haben sie die Zugfahrkarten gezahlt für die Bienengespräche, alle, die ich brauchte. Und dann habe ich auch wieder gestoppt, weil ich kriege echt noch Geld vom Sender und von der Schule und so weiter. Ich brauche nicht mehr abzufragen. Eine Sache ist mir noch eingefallen, was mich wundert, ist, es liegen solche Schätze und Ressourcen an Gesprächen bereit. Man könnte eine Agentur beauftragen an Menschen, die daraus Sendungen für öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen, wo es auch wirklich Geld gibt. Also gerade Omega Tau zum Beispiel, du brauchst drei Leute zahlen, die das gescheit kennen und es gibt tolle Sendungen, dann kriegen auch andere Leute Omega Tau mit. Wäre super. Also gerade eben diesen, oder Oliver Wunderlich, also eben mit Explikator, bayerischer Rundfunk, das ist doch wirklich eigentlich, könnte doch auch dort stattfinden. So, keine weiteren Fragen. Vielen Dank, Lothar.